Es ist 15 Uhr und das heißt für Sie Top-Produkte, exklusiv für Sie, zum Spitzenpreis von nur 15 Euro. Hier kommt die 15-15-Show. Ja, es ist wieder 15 Uhr und das bedeutet natürlich, es ist endlich wieder Zeit für unsere 15-15-Show hier bei Pöll-TV. Und heute hat uns die liebe Rebecca wirklich tolle Produkte rausgesucht und die sind alle richtig stark reduziert auf eben nur 15 Euro. Wenn Ihnen was gefällt, gerne auch öfter zugreifen, bis zu fünfmal dürfen Sie gerne bestellen. Und ich würde sagen, wir starten auch schon direkt hier mit dem Anfang und natürlich auch Diana. Es schlägt wieder 15. Los geht's! Wir starten mit einem Schlafsack. Kein Boxsack, kein Schlafsack steckt hier drin. Das ist ein super Schlafsack, weil der für drei Jahreszeiten geeignet ist. Frühjahr, Sommer und Herbst. Und er hält sogar Regenstand. Dann zeig mal! Schlafsack erinnert mich an Schulzeiten vor allen Dingen. Ja? Da hatten wir häufiger mal so abenteuerliche Touren gemacht in der Schule und dann in der Schule übernachtet. Und da brauchte jeder früher einen Schlafsack. Ihr habt in der Schule übernachtet? Ja. Wow! Ja, da hat jeder seinen Schlafsack mitgebracht. Das ist irgendwie traurig. Und dann konntest du da übernachten. Das ist ja das Schöne, ne? Mit einem Schlafsack bist du in null Komma nichts, hast du dein Bett aufgebaut und kannst dann dir das richtig gemütlich machen. So, Diana. Ja klar, wer noch? Es ist ein Mumienschlafsack. Ja, und dann würde ich dir ein Schmetterling, ne? Komm Diana, es ist Zeit zu schlafen. Ja. Ich bin niemals bereit. Das macht euch Spaß, ne? Guck mal, er ist nicht richtig kuschelig. Ich bin noch nie in meinem Leben in den Schlafsack geschlagen. Du hast noch nie gemacht. Aber ich glaube, das ist nicht nur so für, für, weil du kannst auch im Winter auch schlafen. Das macht mal, dass es so kalt ist. Okay, und jetzt? Moment. Der sieht ja super dick gefüttert aus. Der ist auch richtig dick, ne? Das ist schön, dass wir das jetzt hier sehen. Der ist richtig schön dick. Und mit der Kapuze eben auch so gemacht, dass du hier richtig schön zuziehen kannst. Die kannst du übrigens alleine auch. Ja, ja, wenn man liegt, ist das natürlich einfacher. Kannst du kurz stramm halten, der. Sehr gut. Also, Sie sehen auch, sehr große Menschen würden darin Platz finden. Gar kein Problem. Tschüss. Weg ist er. Wo ist sie, Diana? Das ist für wirklich große Leute, ne? Wie Monica zum Beispiel. Ja, das ist richtig. Mir gefällt die Farbe auch. Ja, schön. Anthrazitgrau und Orange, stimmt. Orange magst du. Aber jetzt nehmen wir mal an, du liegst da jetzt drin, dann würdest du natürlich dich bis oben hin einmümmeln wollen, damit die Wärme schön drin bleibt. Das kannst du hier natürlich auch machen. Ich bin doch heute erst am Tag bei der Arbeit. So was passiert, okay. Nee, aber das ist... Das ist das Wichtige, finde ich, dass du hier um den Kopf herum, nicht die Kälte fällst. Dass du nicht... Also, sehr gemütlich, Diana, oder? Sie wissen, was Schlafsäcke normalerweise kosten. Hier von minus 1 bis plus 14 Grad hält der sie warm. 15 Euro ist ein toller Preis dafür. Den gibt es heute mit der Bestellnummer MX 7589 und der 569. Den Komfortbereich, Übergangsbereich und Kältebereich. Sie sind gewappnet mit diesem Schlafsack. Ja, ich weiß, das hat früher immer Spaß gemacht, auch wenn man mal so ein Sleepover gemacht hat. Irgendwie bei Kumpels über Nacht gesagt hat. Da hat man einfach seinen Schlafsack genommen und konnte sich da irgendwo mit hinlegen. Standard-Ausstattung. Also, der passt für alle Größen, für alle Temperaturen in unserer 3-Jahres-Zeiten-Rucksack. Aber wir haben natürlich noch viel, viel mehr im Programm. Und jetzt schlägt es wieder 15. Diesen Wäschekorb habe ich auch zu Hause in schwarz und ich liebe ihn. Der ist aus Bambus und er hat auch verschiedene Kammern, sodass du hier wunderbar Wäsche schon vorsortieren kannst. Und bevor du überhaupt deinen Wäschetag hast, kannst du die Wäsche hier wunderbar sammeln. Ich nehme mal den zweiten raus, weil Sie können den später auch zusammenfalten. Wenn Sie den zum Beispiel als Stauraummöglichkeit nutzen, ist das auch überhaupt gar kein Problem. Aber ich zeige Ihnen jetzt den ersten. Also, wir haben zwei verschiedene Farben, wie Sie sehen. Braun und Natur. Und jetzt schauen wir mal rein. Das sind 100 Liter Fassungsvermögen. Wow. Zwei Kammern. Also, ich mache immer 30 und 60 Grad Wäsche und sammle ich in der einen oder anderen Tasche. Das reicht mir. Also, 40 Grad Wäsche mache ich nicht. 30 oder 60. Hü oder hot ist bei mir immer. Und ich mag das gerne, weil ich habe so meine fixen Waschtage doch noch mal so ein bisschen zu sammeln. Ich weiß, dass wir Mädels haben, die unglaublich gerne Wäsche machen. Ja. Aber ihr braucht doch auch sowas, oder? Ja, ich habe vor der Sendung schon zu Ingo gesagt, ach Mensch, hätte ich den mal hier bestellt, weil ich brauchte auch noch einen. Ich bin ja umgezogen. Und jetzt bin ich wirklich froh, dass wir den hier für 15 Euro haben. Finde ich auch super in diesen zwei Farben. Und da ist wirklich enorm viel Platz. Da passt viel rein. Also, ich bin richtig begeistert und bin froh, dass du den mitgebracht hast. Ja, was ich so klasse finde, ist, dass das Inlay kann man rausnehmen und tatsächlich kann man rausnehmen und dann auch separat waschen. Klar, dreckige Wäsche macht dann natürlich auch das Inlay dreckig. Aber hier kein Problem. Das kann man ganz einfach rausnehmen und dann separat waschen. Hier, diese beiden Farben sind beide wunderschön. Vielleicht mal nehmen Sie einen für sich, einen für Ihren Partner, noch einen für die Kinder. Man darf den ja auch gerne bis zu fünfmal bestellen. Ja, also ich finde das auch als Stauraum-Möglichkeit total super. Also, wo du Kinder gerade angesprochen hast, da kannst du einfach mal eine Kuscheltiersammlung auch reintun. Deckel drauf, zack, ist das wunderbar weggeräumt. Sieht auch super schön aus hier mit der Kordel. Hier an den Seiten auch. Dann kannst du es einfach auch mal mitnehmen. Das finde ich auch toll an diesem Korb als Wäschekorb. Du kannst den Wäschekorb, ich habe meinen im Badezimmer, kannst du dann einfach mit runter in den Keller nehmen. Also, musst nicht umpacken. Das ist total super. Also, das finde ich wirklich klasse. Eine super Stauraum-Möglichkeit. Perfekt für Wäsche. Und da ist es einfach schön aufgeräumt. Also, ich finde das total, also ich finde das optisch einfach nicht ansprechend, wenn du so einen Plastikwäschekorb da stehen hast und da sammelst. Und da ist hier Bambus richtig schick. Eine schöne Alternative. Und das wertet das Bad dann auch gleich auf. Also, ich sammle zumindest die Wäsche im Bad. Aber das könntest du natürlich auch im Schlafzimmer machen, in einem Ankleidezimmer. Gar kein Problem, weil die lassen sich wirklich sehen. Also, das ist wirklich hervorragend. Sie müssen einfach nur entscheiden, in welcher Farbe Sie sich hier Ihren Bambus-Wäschekorb bestellen. Entweder in Braun, dann wäre es die NX-62, 25 und die 569, die Bestellnummer. Oder hier eben auch in dieser wunderschönen Naturfarbe, die wir jetzt gerade sehen, dann wäre es die Bestellnummer, die NX-62, 24 und die 569. Und Sie sparen richtig viel, denn wir sehen hier gerade, regulär bei Pearl.de wären wir hier normalerweise bei 35 Euro, was ich auch schon einen super Preis finde für diesen fantastischen Wäschekorb. Aber hier für nur 15 Euro nutzen Sie unbedingt die Gelegenheit aus. Dürfen Sie natürlich auch gerne bis zu fünfmal bestellen, wenn man vielleicht auch ein größeres Haus hat oder vielleicht auch Teenager zu Hause haben. Ich habe mich so oft umgezogen früher. Ja. Also, das war wirklich stressig. Meine Mama hatte viel zu tun, ja. Oh ja, also nutzen Sie hier die Gelegenheit aus. Aber es geht natürlich noch weiter. Wir haben noch weitere tolle Produkte für Sie. Es schlägt noch mal 15. Wir haben hier ein, keine Lautsprecherbox, sondern ein Karaoke-Mikrofon. Ah, das ist schön. Ich kenne den Text auch nicht. Mach mal ein bisschen leiser. Ich kenne dich oder was? Oder eine Kollegin? Also, das ist der Party-Hit schlechthin, sage ich Ihnen. Ein Karaoke-Mikrofon mit integrierter Lautsprecherbox. Sie sehen, ich habe mein Handy mitgenommen. Ich habe das gekoppelt per Bluetooth und habe jetzt hier meine Musik abgespielt und kann hier auch reinreden. Und dann habe ich hier noch den sensationellen Hall, weil so wird die Stimme gleich ein bisschen aufgewertet. Dann kann ich hier Karaoke mit singen. Ich kann es auch viel lauter machen mit der Musik wieder. Das kann ich auch hier an dem Gerät machen. Und noch eine Runde. Wollen Sie auch mitmachen? Dann sind Sie dabei. Ja, also es ist wirklich genial. Guckt euch mal die Bedienung hier genauer an. Ich kann hier die Bässe sogar verstellen. Mach mal ein bisschen leiser. Ich kann die Bässe verstellen. Ich kann hier das Volumen von meiner Sprachausgabe einstellen mit diesem Schieberegler. Ich kann den Hall auch reinnehmen, rausnehmen. Also ich habe hier die komplette Kontrolle über dieses Mikrofon. Wer will nochmal? Wer will noch nicht? Alle rein da. Let's go. Herzlich willkommen bei Pearl TV, unserem Radioableger. Es ist 15 Uhr und 10 Minuten und jetzt geht es weiter mit einem Hit, den wir alle gerne mögen und bei dem wir alle gerne mitsingen. Pearl FM. Pearl FM. Das ist ein neues Produkt bei uns. Ein Karaoke-Mikrofon, was Sie ganz einfach per Bluetooth koppeln können. Sie können auch einen USB-Stick reinstecken. Also die Möglichkeiten sind endlos und es ist jede Menge Spaß garantiert. Für nur 15 Euro auch gerne bis zu fünfmal bestellen mit der ZX1713 und der 569. Und damit hatten wir unser Karaoke-Mikrofon von Rick Becker vorgestellt. Für Sie jetzt nur 15 Euro. Nur heute bei uns in der 1515 Show. Da müssen Sie schnell sein, bevor das Kontingent alle ist. Es ist einfach ein Riesenspaß. Ich mache unglaublich gerne Karaoke. Dann ist das ein Muss für dich. Warum hast du es noch nicht? Ich habe eine Karaoke-Anlage, eine komplette. Aber das kannst du mitnehmen. Das kann ich mitnehmen für den Strand. Oh, gute Idee. Aber wir sind immer noch nicht am Ende. Natürlich noch lange. Wir sind ja gerade noch nicht mal bei der Hälfte hier. Es schlägt wieder 15. Ohrwurm präsentiert hier. Ja, genau. Und wenn der Akku irgendwann leer ist von deinem Handy, wenn du es mit deinem Handy gekoppelt hast, das Karaoke-Mikrofon, dann haben wir auch direkt das passende Zubehör. Das hier ist nämlich eine Powerbank. Und das ist nicht irgendeine Powerbank. Und deswegen unser Preis-Alarm. Sprich, Sie dürfen leider nur einmal pro Besteller hier zugreifen. Aber Sie werden staunen, was wir hier für 15 Euro möglich machen. Wir haben eine Powerbank mit 10.000 mAh. Damit kannst du dein Handy richtig oft, nämlich deutlich weit über einmal nur voll aufladen. Wir haben hier aber eine Powerbank, die MagSafe und Ski-kompatibel ist. Ach was. Das bedeutet, gerade bei den moderneren Smartphones, also ab dem iPhone 12, kannst du ja per Induktion einfach durchs Auflegen des Smartphones aufladen. Und mit MagSafe kannst du auch das magnetisch aufladen. Ich bin jetzt noch nicht so topmodern unterwegs, aber ich kann jetzt mein Handy einfach nehmen, leg das drauf, zack, wird das geladen. So, ganz einfach. Keine Kabel mehr? Nee, keine Kabel mehr. Ich muss kein Kabel mitnehmen, brauche da nicht dran zu denken, brauche auch hier nicht den Slot irgendwie immer wieder rein-rausziehen. Beschädigt ja auch diesen Slot dann irgendwann. So geht das heutzutage. Also wenn Sie ein Ski- oder MagSafe-kompatibles Telefon haben, dann ist das ein Muss, jetzt hier im Preisalarm zuzugreifen. Weil Ingo, du kennst dich ja auch sehr gut aus mit Powerbanks. Das ist ein Wahnsinn, 10.000 mAh. 10.000 mAh ist schon ein toller Preis. Man sieht ja manchmal Powerbanks auch beim Discounter, sage ich mal. Da kriegt man dann 5.000 mAh für den Preis ungefähr. Das ist die Hälfte. Hier können Sie Ihr Handy wirklich, ich würde mal sagen, ein handelsübliches Handy bestimmt vier, fünf Mal wieder mit aufladen. Dafür, dass es so schlank ist. Richtig schlank, überhaupt gar nicht schwer. Passt perfekt in jede noch so kleine Handtasche. Eine Klatsch würde auch schon voll ausreichen. Also das finde ich wirklich genial. Ich finde es schön, dass die nicht richtig schwarz ist, sondern so Anthrazit. Fasst sich auch ganz toll an. Ich lege da ja irgendwie immer super viel Wert drauf. Also das ist ein schönes Gadget, was Sie einfach gerne mit dabei haben. Gerade wenn Sie auch gerne immer oder gar nicht erst riskieren wollen, dass Ihr Handy leer geht, dann sollten Sie sowieso immer eine Powerbank dabei haben. Ich habe immer Ängste, wenn ich mal so ein E-Ticket habe für die Bahn, wenn ich mit der Bahn fahre, dass mein Handy dann alle wird, weil dann werde ich als Schwarzfahrer angekreidet hier. Hiermit kann ich mich darauf verlassen, dass ich Strom dabei habe mit so einer Powerbank. Wie viele Powerbanks hast du, Diana? Ich habe auch viele, aber ehrlich zu sein, alle soll ich schon mit Kabel haben. Ich war jetzt im Urlaub übrigens und ich muss euch auch sagen, dass ein Powerbank, das ist wirklich must have. Ich glaube jetzt diese Urlaubssaison fängt an und das ist wirklich eine Sache. Sie müssen immer dabei haben, auch ohne Kabel, das kann wahrscheinlich auch verschiedene Handys sein, das kann Android sein, das kann Apple sein. Hier passt alles, klein, kompakt. Ganz kurz. Ich war auch überall mit dem Powerbank, weil du weißt nie, zum Beispiel du hast auch dieses Ticket für Flug, hast du auch im elektronischen Format. Guck mal, dass es magnetisch ist, kannst du es auch als Handyhalter benutzen. Hier, du hast hinten noch so eine Lasche, die du abnehmen kannst, hauchdünn und dann kannst du es aufstellen und hast noch einen Handysteller mit dabei. Also das ist meine Top-Powerbank bei uns im Sortiment, das jetzt noch im Preisalarm für 15 Euro in der 1515-Show muss. Ja, unbedingt jetzt direkt bestellen war der Preisalarm, deshalb bitte maximal einmal pro Besteller zugreifen. Aber lassen Sie sich diese fantastische Powerbank hier mit 10.000 mAh bloß nicht entgehen. Aber jetzt haben wir noch was Praktisches, auch fürs Handy. Für die wir bleiben beim Thema, ich lege noch mal 15. So, wir fotografieren jetzt nämlich noch eine Runde. Und ganz viele Smartphones haben so ein paar, ich sag jetzt mal Grenzen. Gerade wenn du jetzt richtig gut, richtig kleine Sachen fotografieren willst, dann scheitert es oft am Fokus. Oder brauchst du eigentlich eine Makrolinse für. Und diese Makrolinse, die können wir jetzt ganz einfach nachrüsten mit einem Gadget für nur 15 Euro, was ich hier schon am Smartphone angebracht habe. Ist eine Universalklammer, habe ich hier einfach übers Handy sozusagen drüber geklemmt. Und dann kann ich Makroaufnahmen machen, wie zum Beispiel, Moment, ich zeige Ihnen mal ein paar Fotos hier. Sehen Sie, ich habe sogar ein Licht mit dabei. Moment. Ich habe nämlich gerade mich schon ein bisschen ausgetobt und habe ein Rätsel für euch. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Deine Stromforsen. Nein. Nächster Tipp. Computer irgendwas. Das ist jetzt nicht schwer. Dein Scheinwerfer. Ja. Nee. Ah, nee. Geld? Ja. Die Regie hat schon richtig geraten, ich habe es gehört. Geld? Geld, richtig. Natürlich. Aber was für Geld? Ja, okay. Hier, das ist der Hinweis. Aber guck mal, was für krasse Nahaufnahmen du mit dieser Linse machen kannst. Ich zeige es euch nochmal genauer. Ich habe nämlich hier mein Geld, habe ich nämlich hier immer in meinem Handy. Noch mehr Geld. Noch mehr Geld? Moment. Jetzt nehme ich hier mein Handy. Worauf steckst du denn Geld? Ja, das ist mein Geheimversteck. Jetzt habe ich mich offenbart. So, guck mal, jetzt gehe ich hier einfach in die Kamera. Und dann kann ich hier ganz nah sehen. Moment. Kamera. Wieso will er jetzt nicht in die Kamera? Wo ist die Kamera? Die ist oben. Nee, das ist nicht mein Handy. So, guck mal. Ist ja irre. Moment. Das ist ja ein Mikroskop schon fast. Hier beschwert man sich gerade, dass hier noch schwarz ist. Guck mal. Das ist wirklich Wahnsinn. Was ich auch spannend fand, du siehst hier noch eine 20 irgendwo, die mini, mini, mini klein ist. Ganz viele kleine 20er. Also es ist wirklich faszinierend, mal so einen Geldschein von so nahen zu sehen und da mal so Fotos machen. Aber auch faszinierend, wo du dein Geld versprichst. Fand ich auch faszinierend. Niemand wird verraten. Das hat keiner gesehen, Rebecca. Also unsere Mikroskop-Vorsatzlinse für Smartphones kostet nur 15 Euro mit der Bestellnummer ZX 8230 und der 569. Entdecken Sie neue Welten. Ich hatte früher auch einen Mikroskop als Kind. Es hat einen riesen Spaß gemacht, mal so ein Blatt runterzulegen, Haare, hier so ganz normalen Stoff. Also es ist wirklich faszinierend. 15 Euro ist Wahnsinn mit Beleuchtung auch noch. Jetzt gehen wir mal in den Wellnessbereich. Endlich. Ja, Moni, du kannst dich jetzt mit freuen. Ich weiß ja, du hast jetzt auch eine Badewanne. Die schlägt wieder 15. Und da habe ich tatsächlich an Moni gedacht. Bei Moni, lieb, wenn ich gerne baden geht. Das ist für dich. Sieht genauso aus bei mir. Genau so sieht es bei dir aus, ne? Das können Sie nämlich ganz einfach in Ihre Badewanne einlegen, sozusagen einhängen. Und dann haben Sie hier eine wunderschöne Platte zum Genießen. Sie liegen jetzt in der Badewanne. Genau so sieht das nämlich dann aus. Das kann man auseinanderziehen, sodass das auf viele Maße auch einfach passend rausgezogen werden kann bis 1,9 Meter. Dann können Sie hier mit dem Tablet-PC schön Ihre Lieblingsserie schauen. Das Weinglas ist auch noch sicher hier untergebracht an dem linken Rand sehen wir. Das ist auch total cool gemacht, weil du hier so einen Einfuhrschlitz hast, sozusagen. Wenn du das mal von der Seite zeigst, guck mal, dann kann ich hier das Glas reintun und es fällt so nicht um. Das ist ja genial. Siehst du das hier in dem Schlitz? Das ist so genial. Also hier ist wirklich mitgedacht worden in sämtlichen Details. Ich habe hier diese Ablagefläche für Bücher beispielsweise. Also hier, das ist schon integriert, dieser Aufsteller. Tablet-PC haben wir schon gesehen. Kannst mir hier richtig schön machen mit Kerzen. Guck mal, den Teil kann ich auch noch rausnehmen. Oh. Mega, oder? Ja. Das ist wirklich fantastisch. Das ist so deluxe. Für 15 Euro kannst du hier eine Wellness-Oase dir schaffen in der Badewanne. Und ich finde, so Badewannen können ruhig auch mal dekoriert werden. Nicht nur, wenn du einfach nur in der Badewanne liegst, ist die schön machen. Als Deko ist es auch richtig schön. Also mit so einem kleinen Blümchen und so weiter. Sieht total super aus. Moni, du bist die Expertin für das Badeerlebnis. Was sagst du erzählen? Ja, ich ärgere mich gerade, dass ich nicht dieses Tablet bestellt habe. Mensch, Moni, du machst doch viele Fehler. Aber echt. Ich finde das wirklich perfekt. Hier ist alles durchdacht. Allein auch hier mit dem Glashalter kann man noch sein Tablet, sein Buch, sein Handy hinlegen. Fällt nicht ins Wasser hier. Das ist wirklich fantastisch. Fühlt sich auch richtig gut an und sieht einfach nur schick aus. Ja, Bambus ist ja auch robust und das ist ein Holz, was natürlich gerade in der Badewanne sich auch sehr, sehr schick macht. Also für jede Standard-Badewanne ist diese Ablage hier wunderbar geeignet. Da brauchen Sie nichts abmessen, weil Sie es eben passgenau auseinanderziehen können. Das können wir vielleicht auch nochmal zeigen. Ja, hier guck. Kann ich einfach hier auseinandernehmen. Ah, okay. Zack, dann habe ich es direkt mal hier breiter eingestellt. Also wie es passt, machen Sie dieses Tablett hier passend und haben dann ein richtig tolles Badeerlebnis mit diesem Zube. Ja, also man verbringt ja gerne Zeit in der Badewanne. Es wird aber so schnell langweilig, finde ich. Ja, langweilig und Buch wird nass. Handy, Tablet fällt ins Wasser. Hier ist wirklich an alles gedauert. Ich habe sowas immer dann am Badewandrand stehen und das ist ein bisschen gefährlich. Hier steht alles super sicher und sieht klasse aus. Vor allem, du musst dich nicht aus der Badewanne rausbeugen, um dann dein Weinglas aufzunehmen, sondern du hast es hier direkt vor der Nase wunderbar serviert einfach. Das sieht wirklich richtig toll aus. Bestellen Sie jetzt zum TV-Sonderpreis von nur 15 Euro. Also das ist wirklich ein super, super Preis. Ich ärgere mich gerade, aber ich werde es jetzt auch bestellen und mein altes auftauschen, weil das sieht einfach besser aus. Und natürlich hier die ganzen Funktionen, das ist wirklich einfach richtig clever und durchdacht und damit einfach mal so richtig schön Wellness erleben in der Badewanne. Das ist schon richtig angenehm. Aber wir sind noch lange nicht am Schluss. Es geht noch weiter hier mit unseren Highlights. Es schlägt wieder 15 Euro. Hier kommen wir zu unserem kleinen Helfer im Haushalt, den Sie unbedingt zu Hause haben sollten oder auch im Auto. Es geht um einen Akkustopp, Gebläse, Gebläse, kein Sauger, ein Gebläse. Und das ist hier ein super Helfer, den sehr viele zu Hause nicht haben, den Sie aber unbedingt zu Hause haben sollten, weil Sie damit jetzt einfach Staub auch mal aus Ritzen rauspusten können. Also nicht immer willst du ja Sachen einsaugen, du willst einfach nur auspusten. Und zum Beispiel jetzt mal im Auto, das ist auch ein super beliebtes Produkt fürs Auto, im Auto mal die Lüftungsschächte auspusten. Ja, so zwischensitz da in der Sitzschiene, da kommst du ja mit keinem Staubsauger rein. Hier kann man das mal richtig alles durchpusten, dann fliegt der Staub einfach nur so raus. Ich denke auch so Tastaturen oder sowas, Computertastaturen. Ja, so diese kleinen Ecken und Kanten, wo du nicht so wirklich herankommst und auch mit einem Sauger jetzt nicht unbedingt effektiv arbeiten kannst, dann hast du hier für jede Gelegenheit auch den richtigen Aufsatz. Wir haben so einen Fugenaufsatz, der wäre jetzt super für die Sitze zum Beispiel. Wir haben diesen Spitzenaufsatz, wir haben hier einen Aufsatz, der dann auch dafür sorgt, dass die Luft rechts und links rauskommt. Also hast du alles hier zum Fall von 15 Euro. Es ist akkubetrieben, ich liebe akkubetriebene Geräte. Ein LED-Licht hast du auch noch mit dabei, damit du alles sehen kannst. Meine Haare sind weggeflogen. Mann, Mann, Mann. Und viele Kunden nutzen das auch zum Beispiel für Detailarbeiten, also bei Bastelleien oder Modellbau. Das trocknet auch schneller. Wenn du da mal so ein bisschen Sägeblätter weg, ja, oder trocknen, genau, oder Sägeblätter einfach so wegpusten willst. Manchmal auch, wenn man so kleine Figürchen oder kleine Autoschen, Modellautos oder sowas, kommst du ja mit dem Lappen nicht ran. Einmal durchpusten, dann ist es wieder sauber. Genau, richtig. Es gibt ja auch diese Luft in der Spraydose, da kostet eine Dose so 8, 9 Euro. Und wenn die alle ist, musst du dir eine neue kaufen. Nee, das macht keinen Sinn. Das ist ein super Deal hier. Gerade so, wenn man eben an Stellen sauber machen will, wo sich Staub, Krümel, was weiß ich, sammelt. Hier kann man das ganz einfach wegpusten. Und der ist sehr stark. Ich habe es eben gerade gemerkt. Das Staubgebläse können Sie gerne bis zum 5. Mal bestellen. Für zu Hause, fürs Auto, für die Werkstatt, überall. Mit der Bestellnummer ZX 8530 und der 569. ZX 8530 und die 569 ist die Bestellnummer dafür. Die Preise gelten übrigens genau 2 Stunden oder bis unser Kontingent alles, was immer eher passiert. Das heißt, Sie sollten schnell sein, weil dann geht alles wieder zurück auf seinen regulären Pearl.de-Preis. Das war es schon fast, aber ein tolles Produkt haben wir noch. Ein Produkt, was wir letztes Jahr das erste Mal vorgestellt haben. Jetzt ist es in der 1515-Sendung. Ich spanne Sie nicht länger auf der Folter, es schlägt wieder 15. Das tue ich so genau an solche Dinge erinnern. Ja, wir reißen so Produkte, die einen begeistern. Ja, okay, das kann ich verstehen. Ich dachte, die Zusammenarbeit mit mir bleibt dir einfach so intensiv in Erinnerung. Und dir auch, Moni, und dir auch, Diana. Alles verpasst. Es geht um eine Party zum Beispiel. Du hast ein Sofa und das ist dir zu teuer gewesen, um da irgendein Glas auszuschütten oder so. Ich habe ja immer Angst vor Partys bei mir zu Hause. Ja, ja, ich habe schon gemütet. Deswegen habe ich noch nie eine Party bei mir zu Hause gemacht. Du bist doch rumgezogen, eine Einweihungsparty. Ja, genau, richtig. Also Einweihungsparty nur mit diesem Schonbezug. Weil, dann brauchen Sie sich gar keine Gedanken machen um Ihr neues Sofa, um Ihr heiliges Sofa. Weil einmal sind die Flecken drauf, dann ist es so schwer, die rauszukriegen. Und wissen Sie was? Wir haben hier einen Wendebezug. Der gefällt mir so unheimlich gut, dass es auch einfach schick ist. Du kannst dein Sofa auch damit aufwerten. Wir kommen zu verschiedenen Farbvariationen. Im ersten Schritt sehen Sie gerade eingeblendet den schwarzen Schonbezug. Und gleich kommen wir auch noch zu dem braunen Schonbezug. Das legen Sie ganz einfach genau so übers Sofa drüber und zack, haben Sie die Fläche geschützt. Das können Sie ganz einfach wieder abnehmen, kannst es wieder drauf tun. Also entweder du nimmst es Tagesakt oder für den Alltag, weil es so schick ist, auch mit dieser Steppmusterung und auch so gemütlich ist. Oder du möchtest mal Abwechslung haben, dann nimmst du mal die andere Seite. Das ist auch gar kein Problem. Auch wenn man Haustiere hat. Oh ja, für Haustiere. Wenn die auch noch draußen gerade Gassi gegangen sind und dann vielleicht auch noch so ein bisschen Matsch hat. Man wischt das ja immer ab, da mit dem Handtuch. Aber wer weiß, also ich gehe da auch immer auf Nummer sicher und habe auch so einen Schonbezug. Ja, also das muss man eigentlich machen, weil so ein Sofa, das kostet so viel Geld. Oder wenn man auf Sofa kotzen. Das passiert. Gänse bestimmt. Ja, ja. Oder Gäste. Ja, der Hund. Party, Party, Party. Ja, das wollen wir nicht riskieren, dass dann unsere teuren, geliebten Möbel dann irgendwie irgendwelche Flecken bekommen. Oder Kinoabend macht man und dann Filme und Gucken. Und alles, ja. Erzähl mal. Netflix und, wie heißt das? Netflix und Chill? Ja. Wie heißt das? Was passiert? Streaming and Chill. Was passiert aber? Wie wird das dann schmutzig? Ja, von Cheaps zum Beispiel oder so Popkohlen, Schokolade. Also irgendwas immer. Jeder hatte doch schon mal einen Fleck auf der Couch gehabt und den Fleck, den siehst du dann immer wieder. Das ist super blöd. Also Vorsorgen mit diesem Wendebezug. Entweder in schwarz, grau oder in braun, beige. Das können Sie selber entscheiden. Und dann haben Sie hier für eine Sitzfläche von drei Sitzen, haben Sie hier perfekt den Schutz obendrauf. Ich finde, das sieht sehr, sehr schick aus. Also im Vergleich zu manch einem Sofa, was ich schon gesehen habe, ist dieser Schonbezug zugegeben. Geheimnermaßen schon schicker mit der Steppung hier auch. Also das ist ein Hit für 15 Euro. Das ist wirklich richtig toll. Sie müssen einfach nur entscheiden, welche Farbe eben hatten wir grau-schwarz eingeblendet. Und jetzt beige-braun kann man wie gesagt wenden. Aber beides hier natürlich für 15 Euro. Also sichern Sie sich hier Ihren Schonbezug für Ihr Sofa. Das erspart wirklich einiges an Stress und Ärger. Ja, und das war es auch schon wieder mit der 15.15 Show. Viel Spaß mit den Produkten. Ciao.